Willkommen Freunde zurück hier bei Spyro. Sparks möchte hier runter? Ne, darüber. Nachdem wir im letzten Part dieses wunderbare Fluglevel abgeschlossen haben, fehlt uns hier noch ein Edelstein. Gehe ich mal von außen. Fünfer vermute ich. Und hier liegt er auch. So, jetzt fehlt uns noch ein Drachenei. Das haben wir. Ich muss mal eben gucken, ob sie noch ein Level gibt. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, vielleicht hätte er auch einfach passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interessant. Das war die Strecke, ja. Ja, warte mal. Hier bei, da war ich noch mal. Ja, hier muss ich zum Schluss hin. Da. Das ist Hallinseln. Haben wir die schon gemacht? Ja, haben wir. Okay. Ah, irgendwo gibt es noch ein Ei. Hier haben wir angefangen. Warte mal. Wahrscheinlich steht Geldsack. Irgendwo verkauft uns ein Ei. Aber... Genau, hier, das war das Labor von Agent 9. Ja. Genau. Das haben wir auch. Labor von Agent 9. Ja. So, erstmal kurz. Das haben wir. Das war das Kristall-Dingens, ne? Das... Genau, die haben wir auch. Die haben wir auch. Genau da waren wir drauf. Äh, joa. Dann gehen wir auch einfach mal zur... Da ist das Versteck der Zauberin. Das könnten wir jetzt also machen. Aber mir fehlt hier in der Oberwelt noch ein Ei. Das war die Dino-Mine. Hier, also ich... Ich hab ja da unten die Karte. Und da war nur das, ja. Darüber... Hä, wo soll denn das jetzt sein? Wo soll das denn jetzt sein? Oh, da oben drauf. Ne, warte, da kann ich einfach so hergehen. Hier hinter ist auch niemand, ne? Nö. Ähm. Doch, dann suchen wir das halt später. Dann machen wir jetzt erst die Hexe, so. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was da jetzt draus wird. Hihi. 5800. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, Gott. Mach dich auf was gefasst, Zauberin. Schauen wir mal. Äh? Aua! Aua! Okay, das bringt schon mal nichts. Wow! Hä? Was soll ich denn? Was soll ich denn hier machen? Ja, danke Kamera, danke! Was soll ich denn hier machen? Ja, danke Kamera, danke! Leute! Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Hä? Hä? Was sollen die komischen Kanonen hier? Ich kann damit nichts anfangen! Ach, jetzt auf einmal! Ich kann damit nicht anfangen! Oh, das ist egal! Okay! Das war interessant! Oh! Ja! Das ist ganz toll! Wenn die Kamera... Die, die. Bossen, die. Das... Aber das mit Bossen, das ist ... Das habe ich schon mal gesagt. Das ist scheiße, dass die Kamera die ganze Zeit auf den Graub ist. Das ist totaler Mist. Das war's. Das ist Müll. Ich krieg den kaum dahin gedreht, weil der immer auf die Mitte hier zielt. Ah ja, jetzt war knapp. Vom Glück bleibt die Feuer stehen. Boah. Ah, hier. Boah. Das war's. Boah. 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 dort da kommt sie zurück du hast eine zauberin besiegt dracheneier gerettet und die verlorenen drachen welten befreit was kommt als nächstes vielleicht ein schöner urlaub am drachen ufer du bist manchmal echt ein komiker bentley ich muss erstmal die restlichen dracheneier finden und jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden also muss ich sehen ob er im schlamassel steckt du hast ihn nicht gesehen oder nein nein aber wenn ich ihm über den weg laufe werde ich dir natürlich sofort bescheid geben das ist echt komisch spyro aber las portale sollten mich in die drachenwelten bringen aber ich bin hier gelandet vielleicht sind meine koordinaten veraltet ja um 1000 jahre das würde erklären warum das buch so billig war da du jetzt mit welt retten wieder fertig bist kommst du und besuchst mich mal in avala klar laura aber erst suche ich die restlichen eier und tja jäger ist wieder verschwunden sagst du jäger tja ich hab gesehen wie er fortgeschlichen ist mit äh 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 agent 9 ist das nicht ein rinox da hinten im gebüsch ein rinox ich bin sicher jäger ist in guten händen ich meine er taucht auch sicher bald wieder auf verspricht dass du bald nach avala kommst ok wie oft habe ich dir gesagt du sollst den elch nicht ärgern ist das war billy ein moment billy spyro schön dich zu sehen hi sheila ich suche schon den ganzen tag nach jäger hast du ihn gesehen sorry spyro ich habe jäger versprochen nicht zu sagen wo sie sind sie von mir hast du nichts erfahren das ist traurig sparks ein weiterer edler krieger ist der liebe zum opfer gefallen schau einfach weg ja ich schätze wir müssen die restlichen eier selber finden nein wir machen noch wir müssen noch die restlichen eier finden deswegen werde ich die jetzt auch überspringen aber das heißt dann auch dass ich auch schon ja welten verpasst habe oder oder die restlichen edelsteine kriege ich dann durch sparks seine sachen naja das level kann doch nicht zu 100 prozent abgeschlossen ja hier fehlt noch ein ei und wer verkauft uns dieses ei wo kriegt man das boll kann ich das jetzt erst nach dem abschluss also das ach das ist die ins europa da war nur da war das wir haben die karte im blick aber wenn ich von der klippe falle habe ich nicht aufgepasst so war ich da drauf schon der doch da war ich auch da ist das ja und hier sind wir jetzt ach schaut mal jetzt gibt es hier ein aja ok das heißt das letzte ei konnte man gar nicht vorher kriegen auf jeden fall haben wir da erstmal leben da fliege ich jetzt einfach mal hin wo ist das letzte drachenei ich sehe auch nirgends ein doch da steht geld sagt er ist er verkauft uns jetzt ein drachenei für ich brauche kein geld mehr von dir jetzt guckt nicht so überrascht ich habe ein drachenei gefunden und werde es in avala für ein vermögen verkaufen wieso siehst du mich so an ich muss jetzt los tschüss what the fuck kamera ich hasse dich manchmal hallo das ist doch nicht wahr aha so kriegen wir also die restlichen ja ja na gut dann gehen wir halt andersrum alles was wir ihm gezahlt haben kriegen wir jetzt wieder oder was das ist ja mal lustig das ist ja lustig hihihi meine güte wie flach denn bei sich ist ja lustig ja 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 Hier wird kein Dracheneifer kauft. Wow. 8000. Uns fehlen noch Edelsteine. Schaut mal, hier haben wir jetzt 111%. Heißt das jetzt in... Achso, warte mal. Ja, 149 Eier. Ich habe 142. Aber sieben Eier? Naja, Freunde, für heute war es das. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Wollt er nicht so den Sümpfen, er ist ja bei den Kristallinseln. Wenn er meint. Und wir machen beim nächsten Mal dann hier weiter. Ähm... Und werden... Und werden... Was werden wir denn? Wir werden... Da mal gucken, ob wir dann die Sachen für Sparks machen können. Wo stand... Da steht ein Schild. Das gucken wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Für heute war es das. Das ist ja immer vielen Dank. Bis dann. Und... Ciao.